Die Bundeswettbewerbsbehörde straft den heimischen Baukonzern POR ab. Grund sind Kartellvergehen. Das Bußgeld beträgt 62.350.000 Euro. Das ist die bisher höchste Strafzahlung in der Geschichte der Bundeswettbewerbsbehörde. Wie ein Sprecher am Donnerstag bestätigte. Die POR hat ihre Schuld bereits eingeräumt. Im Rahmen von Settlementgesprächen mit der Bundeswettbewerbsbehörde unter Einbeziehung des Bundeskartellanwalts habe die POR AG ein Anerkenntnis abgegeben, wodurch sich der Konzern wegen Absprachen in der Bauwirtschaft zur Zahlung einer Geldbuße in Höhe von über 62 Millionen Euro verpflichte, so die Wettbewerbshüter. In weiterer Folge werde die Bundeswettbewerbsbehörde den Geldbußenantrag beim Kartellgericht konkretisieren. Im Frühjahr 2017 hatte die Bundeswettbewerbsbehörde im Rahmen ihrer Ermittlungen zum möglichen illegalen Preisabsprachen in der Bauwirtschaft, Hausdurchsuchungen durchgeführt und dabei auch umfangreiches Datenmaterial sichergestellt. Im Herbst 2019 ergingen laut Bundeswettbewerbsbehörde die ersten Mitteilungen der Beschwerdepunkte an die betroffenen Unternehmen. Dabei handelte es sich um einen förmlichen Schritt der Wettbewerbshüter, mit dem die Unternehmen schriftlich über die gegen sie vorliegenden Beschwerdepunkte in Kenntnis gesetzt worden sind. Gegen zahlreiche weitere beteiligte Unternehmen laufen Ermittlungen, die zeitnah zu weiteren Anträgen führen werden, so die Behörde.